Wenn es auf jede Sekunde ankommt, wenn es um die Sicherheit von Politikern und anderen Persönlichkeiten geht, wenn alles von schnellen, klaren Entscheidungen abhängt, dann haben die Rettungskräfte bisher Zeit verloren. Die Einsatzleiter von Polizei und Feuerwehr mussten sich treffen, um das Vorgehen abzusprechen. Ein gemeinsamer Funkverkehr war nicht möglich. Das soll sich ändern. Es geht insbesondere darum, dass wenn mehrere Einheiten, beispielsweise aus dem ganzen Bundesgebiet, zusammenkommen, dann braucht man keine Funkgeräte mehr austauschen, sondern man bringt die eigenen Funkgeräte mit. Es werden sogenannte Gruppen geschaltet und dann können die Einsätze gut bewältigt werden. Möglich machen das diese neuen BOS-Funkgeräte. Im Jahr 2006 hat die Bundesregierung entschieden, den BOS-Funk für Rettungskräfte einzuführen als gemeinsames nicht-öffentliches Funknetz. Was ist BOS-Funk? BOS ist die Abkürzung für diejenigen, die das Funknetz nutzen dürfen, nämlich Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, also Polizei und Rettungskräfte. Für sie wurde das BOS-Funknetz errichtet. Die Vorteile dieses Netzes, eine bessere Sprachqualität BOS ist abhörsicher und alle Organisationen nutzen dieses Netz gemeinsam. Wie viele Funkmasten werden gebraucht? Eine Katastrophe kann überall passieren. Deshalb soll der BOS-Funk auch möglichst flächendeckend zu empfangen sein. Am Beispiel Freiburg sehen wir es. Wir haben hier zwei Standorte, die das Stadtgebiet und das nähere Umland versorgen. Im gesamten Regierungsbezirk haben wir jetzt 160 Standorte für das digitale Funknetz. 633 Funkmasten sind es insgesamt im Land, doch nicht alle sind glücklich über den BOS-Funk. Reinhard Lang ist aus seiner Wohnung in Herrischried geflüchtet, als auf dem Funkmast hinter seinem Haus zu den bereits vorhandenen Mobilfunkantennen die BOS- oder Tetra-Funkantenne montiert wurde. Alles, was durch die Mobilfunkstrahle vorher war, war im Vergleich zu Tetra-Kindergaben. Das, was Tetra in uns gesundheitlich ausgelöst hat, ist eine wahre Katastrophe. Wir sind gefoltert und wir werden gefoltert, Tag und Nacht, 24 Stunden, jeden Tag und das Woche für Woche und Monat für Monat. Die Beschwerden seien genau dann gekommen, sagt er, als im vergangenen August der BOS-Funk hier in Herrischried eingeschaltet wurde. Ist BOS-Funk gefährlich? Strahlungssensible Menschen wie Reinhard Lang behaupten ja. Auch in seinem neuen Haus spürt er die Strahlung. Im Keller hat er sich deshalb einen Abschirmkäfig gebaut. BOS-Funk mache ihn krank. Nur ihn? Der Herrischrieder Bürgermeister Christoph Berger hat eine Umfrage gemacht. In der Skala von 1 bis 6 konnten die Bewohner äußern, ob und welche Beschwerden sie haben. Die Antworten überraschend. Und im Durchschnitt waren es dann doch Zahlen zwischen 4 und 5. Das heißt also doch erhebliche bis massive Beschwerden. Die Nutzer des BOS-Funks wie die Polizei können da zu wenig sagen. Sie berufen sich auf das Bundesamt für Strahlenschutz und das hält die BOS-Anlagen nach dem jetzigen Wissenstand für unbedenklich. Gefährlich? Gefährlich oder nicht gefährlich? Studien gibt es viele. Eine verlässliche Aussage gibt es nicht. Meine Erwartung als Nutzer wäre, dass die Wissenschaft sich hier näher kommt, um zu belastbaren Ergebnissen zu kommen. Damit auch ich für mich und meine Kollegen und für die Bevölkerung das weiterhin mit gutem Gewissen sagen kann, Der Digitalfunk, der Behördenfunk ist gesundheitlich unkritisch. Fest steht, der BOS-Funk ist in Baden-Württemberg eingeführt. Flächendeckend.